Hallo und herzlich willkommen zu meinem Weihnachtsabonnenten-Special-Gewinnspiel. Ich habe mir gedacht, jetzt zu Weihnachten mache ich auch nochmal eine kleine Verlosung. Ich habe wieder drei kleine Preise für euch. Da hätten wir als erstes den Clean2Go, eine kleine Reinigungspaste für unterwegs. Damit lassen sich Displays und Touchscreens ganz einfach selber reinigen. Als nächstes hätten wir da den Magical Snow. Mit dieser Dose könnt ihr ganz einfach Schnee zu Hause selber machen. Und als letztes, als kleinen Hauptpreis, diese MP3-Ohrwärmer. Ein wirklich schönes Gadget. Ich habe sie vor ein paar Tagen auf meinem Kanal vorgestellt und bin immer noch sehr zufrieden damit. Als letztes, als kleines Special, habe ich noch eine kleine Autogrammkarte für euch dazu gelegt. Und wie ihr diese Setten gewinnen könnt, das erfahrt ihr jetzt. Ich habe vor ein paar Monaten eine eigene Facebook-Seite eröffnet und da diese noch relativ unbekannt ist, habe ich mir gedacht, ich verlose dieses Gadget-Set unter allen meinen Facebook-Likern. Um nun also mitzumachen, geht ihr ganz einfach auf meine Facebook-Seite facebook.com slash der Gadget-Tester und drückt auf Gefällt mir. Ich werde am 30. Januar 2013 einen Gewinner auslosen, der diese Sachen dann bekommt. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal kurz bei ein paar Online-Shops bedanken. Vielen Dank an www.cleantogo.de, styleon.de und techgalerie.de. Ein weiterer Dank geht an euch, denn ich habe vor ein paar Tagen die 400 Abonnentenmarke erreicht und bin super glücklich damit. Ich wünsche euch weiterhin schöne Ferien, fröhliche Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und weiterhin viel Spaß mit meinen Videos. Bis dann, haut rein!